moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map immer noch in der version 1.9 immer noch ohne gräben natürlich das ändert sich auch nicht mit 19 ändert sich irgendwann aber jetzt nicht ganz einfach weil ich keine zeit habe und die 20 noch nicht erschienen ist zu dem zeitpunkt dieses video aufnehmen aber das erzähle ich ja schon die letzten folgen immer wieder mal zwischendurch ja klingt komisch ist aber so wir sind dabei unsere felder zu bestellen damit wir dann vernünftig ernten können bei der nächsten ernte wir sind also am aussehen mit vier sämaschinen parallel und gucken mal gucken mal was so kommt also nur dass ihr mal ein gefühl dafür kriegt ist ja voll brauche ich ja gar nicht ist ja dünger wo nicht mehr so viel drin ist ja nie feld 41 haben wir noch nicht natürlich nicht okay dann machen wir einen kurs vorgewände drei vorgewände aber auch erst hinterher die machen wir scharf dafür stellen wir hier den wendekreis vielleicht geht es auch mit 35 metern wir berechnen mal also speichern habe ich jetzt gesagt also damit ihr mal seht wie weit ich im vorfeld hier die videos produziere gleich also in anderthalb stunden spielt deutschland gegen schweden bei der wm wo ist denn der erste punkt okay da hinten ganz ja das möchte ich mir doch mal eben angucken das so geht hey ein leuchtturm guckt sich viel zu selten die landschaft hier an finde ich also ich zumindest gleich hat er den startpunkt gefunden gut dann kann das hier losgehen ja ja läuft würde ich sagen können wir uns um die anderen kümmern oh da steht es wieder hier steht wieder die ganze produktion oh man ich habe hier so viel ich muss mich hier erst mal um alles kümmern zu dann und dann 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 Ja. Dann nehmen wir das auch mal hier zum Werk, sozusagen. Ja, bald ist voll. Also sechs Stück passen rein. Und dann ist Feierabend. Ja, das ist so. Nein, nicht so rum. Warum produziert er keine Leerpaletten mehr da sind? Keine Leerpaletten. Da können wir ja helfen. Ja. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt können die auf jeden Fall wieder produzieren. So, und die holen wir da auch noch eben weg. So, können die jetzt wieder produzieren? Ja, jetzt müssen sie alles haben. Platz haben sie, Hackschnitzel sind nicht voll. Jetzt muss ich mal eben hier wieder weiter operieren. Okay. Okay. So, jetzt muss ich die Hackschnitzel sind. Ja, das passt. Die Aussaat scheint gut zu laufen. Wieso produziert der hier nicht mehr? Räume sind noch genug da. Brennstoff ist genug da. Den Rest schmeißen wir hier hin, wenn hier noch Platz ist. Kein Platz mehr, schade. Ja, ich habe in unserem Netzwerk, also in unserem Multiplayer, da habe ich gerade ein Hackschnitzellager mit reingenommen. Und ich glaube, das werde ich hier demnächst auch mal einbauen. Ja, wir sind dabei, hier so ein bisschen Holz, ach Holz, ein bisschen Sand zu verticken sozusagen an der Baustelle. Ja, toll. Mehr werde ich hier gar nicht los. Ja, macht nichts. Dann bringen wir das rüber zur Zementproduktion. Dann bringen wir hier noch Kies her. So, voll. Fels 16 kommt als nächstes. Und das hier bringen wir jetzt mal zur Käserei. Die 100.000 Liter Milch. Nützt ja nichts. Die 100.000 Liter Milch. Oh, der war schnell. Oh, der war schnell. Ich hoffe ja, dass ich hier mit demnächst loswerde. Ja, dann verkaufe ich den Rest jetzt. Klingt ja nichts. Eck Schnitzel. Eck Schnitzel. Mein Gott, wenn ich alles so viel hätte wie Hackschnitzel, ne? Nie, ich bin einfach. Okay. Das war's. 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 Das war's.